Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen! Guten Mittag! Ja, wow, scheiße! Liebe Leute, es ist so viel passiert, und zwar auf meiner Schulter. Die schält sich nämlich hier vom allerfeinsten Mann. Ich habe auch noch richtig zugenommen. Guckt euch das an. Scheiß Alkohol, Mann! Weißt du, anstatt dass dir mein Körper einfach zu den Kalorien sagt, hey, Kalorien, verpisst euch, wir brauchen euch nicht. Was machst du, Mann? Ich bin wieder weg, habe mir wieder nichts böse gedacht. Komm, oben in die Bude rein. Ich komme zu Hause an, Alter, ihr! Denk mir nichts Böses, okay? Denk mir, scheiße, Mann, kack, jetzt habe ich nichts zum Foten. Oma, du bist die Beste, ihr! Meine Oma hat mir einfach fett was zum Foten geholt. Oma, du bist die Beste, 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 du bist die Beste. Alles genauere zum Urlaub möchte ich euch in dieser Episode fast erzählen. Alle genaue Vlogs findet ihr auf meinem Lifestyle-Channel, also schaut auf jeden Fall vorbei, die kommen die Tage jetzt dann. Also auf meiner Lied gar nichts, da war wirklich tote Hose. Ich wusste gar nicht, wohin mit der ganzen Zeit. Ich meine, hab ich gesagt. Jawohl, das hab ich, aber... Und ich freue mich mega wieder hier zu sein. Die meisten, die aus dem Urlaub kommen, hey, scheiße, fuck man, ich will zurück. Aber ich will hier sein bei meinen besten Freunden. Leute? 500.000! Oh mein Gott! Scheiße! Fuck! Hey, ich hab einfach eine halbe Million Abonnenten. Hey, wie cool bin ich eigentlich? Ach so, ja, genau. Und was ich noch ganz witzig fand, unter dem ein oder anderen Bild, das ich gepostet hab, Nico, du bist nicht mehr der Alte, du hast dich verändert. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr der Alte, wenn ich mal irgendeine Slut wegflank, oder? Leute, beruhigt euch doch mal wieder. Und wieso bin ich eigentlich oberkörperfrei, Alter? Ich verstehe jetzt auch gar nicht die Frage. Für das 500.000 Abospecial kommt was Fettes. Da ist das Fettes in Planung und zwar könnt ihr da sogar mitmachen. Ich will nämlich, dass die Leute in so Gruppen, äh, alle... Ich will wahrscheinlich schreien und ich das dann irgendwie einbaue. Vielleicht sogar noch mit so einem 500.000 davor oder sowas. Und, äh, das könnt ihr mir dann einschicken. Aber wie das genau funktioniert, besprechen wir noch. Also, beruhigt... Ja, ja, ja. Ähm, so lange machen wir es einfach so. Ich schau kurz ein Datum, wo wir es machen. Ah, da hab ich eins. Fa pesto!